Der Daniel aus der Schweiz ist schon wieder da, jetzt zeige ich euch mal unseren Garten hier, bevor ich ihn halt jetzt erstmal pflege. Damit fange ich nämlich gleich an. Hier ist der Teich, aber der ist dann noch nicht instand gesetzt, das werde ich dann auch mal machen. Der Vermieter, der hat zu mir gesagt, ich kann mich hier austoben, das werde ich auch nachher machen. Erstmal die ganzen Bäume hier schneiden, Schilf und überhaupt die Wildkräuter weg und die Brombeeren. Hier ist eine kleine Grillhütte, hier sitze ich abends, meistens wenn ich meinen Rauchen suche, ist schon cool. Die alten Nachtkersten da hinten, alles weg, den Obstbaum ein bisschen zurückschneiden. Dort sind Schildkröten drin. Hier Hibiskus, die wir alle schön zurückschneiden. Dann der Konus hier, die Schweizer Flagge, darf natürlich nicht fehlen in der Schweiz. So, dann würde ich mal sagen, dann mache ich mich jetzt mal bereit. Danke. 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 Danke.